If I can't win you Okay Ah Nichts zu vermelden Sektorprüfung abgeschlossen Bleep, peep, blup Alles sicher Das irgendwann mal passieren soll Ein Traum, an den ich niemals gedacht hätte Also ich sag dir was passiert ist Das ist ein Traum von der Arbeit Und dann hör ich auf einmal Stimmen Ja, so Stimmengeräusche vom Sex und so Alter, ich komm rein und Ja, ich denke wie meine Freundin Die guckt sich ein Bronofilm an oder so was Ich meine, da ist ja nichts dabei Keine Ahnung, hier ist gartenbeilig Und sie verbringt ein bisschen Zeit mit sich Alles cool, alles klar so Und dann, pass auf, ich komm rein Und meine Freundin fickt mich jemand anderes Aber nicht in einem Kehrmann Das war eine Frau, das war eine alte Ja, die hängt da mit ihren Beinen in die Luft Und, äh, und schlabbert um Und jetzt dieses Hund und alles mögliche Und, äh, ja Was ist denn los? Auf mein Zeichen Wie schlecht ist das bitte? Mein Burksgedicht war so verburgst Dass es nicht mal bei einem Wettbewerb dafür beachtet wurde Das ist nur los Hey! Der Typ hat hier nichts verloren Verabren mit dir Mal dein Team scho 나� merch BIT Alles sicher. Klar. Nicht zu vermelden. Wow. Stimmt. Jetzt bräuchte ich eine Knarre. Die Kapseln nie da, wenn man sie mal braucht. Was ist das? Was zur Hölle geht hier vor? Hier drüben. Irgendein Typ schnüffelt hier rum. Was sollst du eine neue Verordnung geben? Wenn sie bleiben, gibt's eins drauf. Was zur Hölle geht hier ab? Im Ernst? Das ist einfach unglaublich. Was war denn da los? Was ist das? Alles sicher. Das halte ich nicht aus, der Läufe nicht. Ich brauche Hilfe! Es ist alles in Ordnung. Das ist... Ich habe eine Zeben-Schreibung. Bereit für Übermittlung. Zick aus Schieber-Verstärkung. Nur für den Fall. Wir schiefen. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, lose! Nichts zu vermelden. Alles sicher. Alles sicher. Es ist alles in Ordnung. Ehhh, haa, ah, komm, komm! Ok. Nachwuchs Ook. Wieder. Es ist alles in Ordnung. Hey, was soll das denn werden? Möchte jemand einen Hacker vermöbeln? Jetzt kriegst du auf die Fresse. Wo los, Leute? Da ist dein Eindringling. Wir werden eine Zielbeschreibung senden. Over. Was zum Teufel? Geht das schon wieder los? Einfach ungeladen. Da drüben! Habt der Zeck gerichtet. Benötigen weitere Einheiten. Die Hand! Die Hände sind aufgeregt. Die Hände sind aufgeregt. Auf! Wir haben 2. Schmerzen! Sie sind aufgeregt. Nein! Sie sind aufgeregt. Und nicht weiter. Das sind die Hände. Ich brauche Deckung! Der Hände! Der Hände! Nicht die Kiefer! Alles sicher. Sektorprüfung abgeschlossen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Nichts zu vermelden. Sektorprüfung abgeschlossen. Sektorprüfung abgeschlossen. Sie brauchen ganz schnell Hilfe hier. Schicken Sie die Kopf. Wir haben sie lokalisiert. Die Polizei kommt. Das ist alles in Ordnung. Verstehst du mich wahr? Wir haben bei der Sache der selben Mörder. Weil ich nicht weiß, ob du da auch so denkst. Doch ich denk schon. Hey, stopp! Was soll das bitte werden? Verpiste ich, Pinchy, Dezek? Que pedo, Dezek? Bist du Pinchy loco oder was? Necesito ayuda! Hab dich gewarnt, pendejo. Da drüben ist doch was. Sie sind... Hey! Eindringlich! Seht euch vor! Bizs. Was ist der Werd-Werd genverd-Werd genессchaun? Geist muss sein. Das bräuchte wird in neue Versailles Marcusawa. Geist muss sein. Bist muss sein. Wir müssen schkatzen. Wi-Wet-Werd genъ życie Colorado. Alles sicher. Ohne Bande. Was glaubst du, wo du hin willst? Ich weiß, wer sie sind. Ähm, hi? Oh nein. Oh nein, unmöglich. Leute, hier rennt ein Hacker rum. Das ist alles in Ordnung. Schnell verbieten, jetzt ist ein Dekker auf uns rollen. Wir erhalten dir jetzt deine Harte Lektion. Shit, hier wurde ein Agent getroffen. Ist das sicher? Das ist... Wow. Wollen wir alle machen? Uah! Pinchy, weh was. Zielbeschreibung trifft ein. Haben Deadshake gesichtet. Benötigen weitere Einheiten. Geht mein Arsch! Oh! Ah! Ah! Getsch timen! Ich soll eine Puppe verborgen. 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 Du musst mir mal dieses Fridge-Programm erklären. Ich gehe also mit dem Smart Fridge online und vergleiche seinen Inhalt mit all den anderen in meinem Viertel, um zu sehen, ob mir etwas fehlt. Leit man sich heute noch guter oder nicht? Heute haben die Geschäfte doch überall rund um die Uhr geöffnet. Außerdem, falls das Ding sein Job erledigt, ihr solltet es ja schließlich so programmiert haben, dann wartet es mich doch, bevor etwas fehlt. Dann ist also seine Hauptfunktion, dass meine Nachbarn sehen, wie ernähmlich ich meinen Haushalt schmeiße, mit drei Diätlimos und abgelaufenen Fertiggerichten. Als hätten wir nicht schon In-Wide, um über Freunde und Familie zu lästern, der hat ihn erst durchgeworfen. Ich bin in-Wide, um über Freunde und Familie zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.